Stell dir mal vor, du bist als Medizinstudent an einer Uni deiner Wahl angenommen worden. Typischerweise werden im Medizinstudium kleine Testate absolviert, die im Multiple-Choice-Verfahren ablaufen. Du bekommst also eine Reihe von Fragen, die nacheinander beantwortet werden müssen und zu jeder Frage gibt es genau vier Antwortmöglichkeiten, von denen aber auch nur jeweils eine richtig ist. Diese Beispielfrage soll genau die Situation illustrieren, um die es heute gehen soll. Ich habe meine Schwester gefragt, ob sie uns nicht so eine typische Aufgabe aus ihrem Medizinstudium geben kann. Das stellt hoffentlich sicher, dass du keine Ahnung hast und dein Kreuz blind setzen müsstest. So ein blind gesetztes Kreuz musst du dann bei jeder der insgesamt zehn Fragen setzen. Aber es wird noch schlimmer. Das Testat gilt nämlich nur dann als bestanden, wenn du mindestens 80% der Fragen richtig beantwortet hast. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du das Testat einfach durch blindes Setzen der Kreuze bestehst? Zum Glück gibt es für Probleme dieser Art eine einfache Formel, die sogenannte Bernoulli-Formel. Aber wie so häufig geht es nicht darum, diese auswendig zu lernen, keine Frage, das hilft, oder nur zu wissen, was die einzelnen Bestandteile bedeuten. Viel wichtiger ist die Kenntnis darüber, wann, wie und warum man diese Formel anwenden darf. Alles beginnt mit der Zufallsvariable x. Dieses x ist gleich irgendeine Zahl drückt aus, wie viele Erfolge du bei all den Wiederholungen erzielt hast. In unserem Beispiel mit den zehn Fragen, deinen blind gesetzten Kreuzen und den grün markierten, richtigen Antworten siehst du, dass du das Kreuz genau dreimal an der richtigen Stelle gesetzt hast. Die Anzahl der Erfolge beträgt in diesem Beispiel also drei. Für das Wann verwendet man denn nun diese Bernoulli-Formel, fehlt aber noch eine letzte Verbindung, die Bernoulli-Kette. Bei dem zufälligen Vorgang Kreuze setzen hast du immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt das Kreuz an der richtigen Stelle oder halt nicht. Erfolg und Misserfolg. Dieser Vorgang, das Setzen eines Kreuzes, wird anschließend wiederholt und nochmal wiederholt und so weiter. Du setzt deine zehn Kreuze. Man sagt dann auch, die Bernoulli-Kette hat die Länge 10. Das Wiederholen ist aber nur die halbe Wahrheit. Entscheidend ist auch, dass sich die Erfolgswahrscheinlichkeit p bei jeder Wiederholung nicht ändert. Das tut sie aber offensichtlich nicht. Warum auch? Du rätst sie jedes Mal blind und wählst quasi eine der vier Möglichkeiten aus. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit p beträgt also ein Viertel oder 0,25. Und das, das ist die Antwort auf die Frage Wann. Dein Zufallsexperiment muss eine Bernoulli-Kette sein. Die Frage nach dem, wie wendet man diese Formel an, soll auf den Aufbau abzielen. Insbesondere auf den Teil hier hinten. Das Ding hier vorne, Spoiler-Binomialkoeffizient, das wird uns später die Frage nach dem Warum klären. Aber erstmal zurück zum Hinteren. Dazu brauchen wir erneut alle Antwortmöglichkeiten, die Kreuze, die du gesetzt hast und die Positionen, an denen du das Kreuz hättest setzen sollen. Oh boy, offensichtlich ging Frage 1 schon mal in die Hose. Ein Misserfolg. Aber hey, immerhin bei Frage 2 vollkommen richtig geraten. Frage 3, ach, das war dann wieder leider ein Griff ins Klo. Also noch ein Misserfolg. Und auch beim vierten Kreuz hattest du nicht so richtig Glück. By the way, die anderen schauen wir uns erstmal nicht an. Warum, erkläre ich gleich. Vielleicht hast du deine Kreuze aber auch in einer ganz anderen Reihenfolge gesetzt. Vielleicht in dieser hier. Dann hättest du immerhin bei Frage Nummer 1 richtig gelegen. Und okay, Frage 2 ging zwar wieder daneben, aber wenigstens hättest du nochmal die dritte Frage richtig beantwortet. Du siehst wahrscheinlich schon, worauf das hinausläuft. Insgesamt kann man die Bernoulli-Kette in einem Baumdiagramm abbilden und sich dort alle möglichen Ergebnisse chronologisch aufbauen lassen. Leider werden diese Baumdiagramme bei der Binomialverteilung aufgrund der hohen Wiederholungszahl aber relativ schnell unübersichtlich. Das komplette Baumdiagramm für alle 10 Fragen sprengt hier locker die Grenzen deines Bildschirmes. Insofern, lass uns mal nur auf die ersten vier Wiederholungen konzentrieren und die anderen zur Seite packen. Zurück zu dem Pfad, der zu den Kreuzen oben links passt. Jeden Erfolg haben wir mit Wahrscheinlichkeit 0,25, jeden Misserfolg mit Wahrscheinlichkeit 0,75 erzielt. Die Wahrscheinlichkeit so eines Pfades, das kennst du noch von den Pfadregeln, ist dann nichts anderes als das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten entlang des Pfades. Und vielleicht kommst du auch auf die Idee, dieses Produkt mit Potenzen zu vereinfachen. Analog beim zweiten Pfad, bei dem ich jetzt aber mal ein bisschen vorspulen darf. Erneut zum Misserfolg mit Wahrscheinlichkeit 0,75, zum Erfolg mit Wahrscheinlichkeit 0,25. Am Ende alle Einzelwahrscheinlichkeiten multiplizieren und auch hier wieder als Potenz zusammenfassen. Und das, Freunde der Blasmusik, das ist von der Struktur genau dasselbe wie in der Bernoulli-Formel. Beim oberen Beispiel, da hat man zwei Erfolge, 0,25 hoch 2 und bei insgesamt vier Wiederholungen bleiben dann nur noch zwei Misserfolge übrig. Ganz ähnlich beim Unteren. Wenn du bei diesem Pfad nämlich nur einen Erfolg hattest, dann müssen es gleichzeitig auch drei Misserfolge sein. Im Allgemeinen, wenn also k die Anzahl der Erfolge beschreibt, dann ist p hoch k die Wahrscheinlichkeit in diesem einen Pfad genau k mal Erfolg zu haben. Bei n Wiederholungen und k erfolgen bleiben dann nur noch n-k Misserfolge mit Wahrscheinlichkeit 1-p übrig. Aber dieser Term alleine beschreibt noch nicht die Wahrscheinlichkeit, genau zwei Erfolge zu haben. Es ist nur ein kleiner Teil davon. Und die Ursache, die klären wir nun im letzten Teil dem Warum. Offensichtlich gibt es für die richtige Beantwortung zweier Fragen mehrere Möglichkeiten. Du könntest die ersten beiden Fragen richtig beantworten, die nächsten beiden falsch. Oder aber richtig, falsch, richtig, falsch. Welche beiden von den vier Fragen du richtig beantwortest, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache du beantwortest zwei richtig. Insgesamt sind es genau sechs Pfade, die zu zwei richtig beantworteten Fragen führen. Analog sind das die Pfade, die nur zu einem Erfolg führen. Beispielsweise richtig, falsch, falsch, falsch. Oder du beantwortest nur die zweite Frage richtig und alle anderen falsch. Hier gibt es also insgesamt vier Möglichkeiten. Die Frage ist also, woher man weiß, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es zwischen den Erfolgen und den Misserfolgen gibt. Diese Anzahl an Kombinationen beschreiben wir in der Mathematik mit Hilfe des Binomialkoeffizienten, von dem du bereits etwas gehört haben solltest. Notiert wird dieser mit einer Schreibweise, die an einen Bruch erinnert, damit aber nur bedingt etwas zu tun hat. Man sagt dazu auch 4 über 2. Hinter der Schreibweise verbirgt sich dann ein kompliziert aussehender Term aus irgendwelchen Fakultäten. In unserem Beispiel also 4 Fakultät durch 2 Fakultät mal 4 minus 2 Fakultät. Und wenn du diese ganzen Dinge ausrechnest, dann kommst du genau auf die Zahl 6. Mit Hilfe des Binomialkoeffizienten bestimmt man also die Anzahl der Pfade, die zu genau k-Erfolgen führen. Sei es 4 über 0 mit nur einem Pfad, 4 über 1 mit 4 Pfaden, 4 über 2 mit 6 Pfaden und so weiter. Wenn man diese Anzahl erst raus hat, hier zum Beispiel die 6 Pfade, die zu genau 2 Erfolgen führen, dann ist der finale Schritt gar nicht mehr so schwer. Für die Wahrscheinlichkeit genau 2 Erfolge zu erzielen, musst du nach den Pfadregeln all diese Wahrscheinlichkeiten zusammenaddieren. Jeder der Pfade hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,25 hoch 2, das sind die 2 Erfolge, mal 0,75 hoch 2, die 2 Misserfolge. Insgesamt gibt es aber 4 über 2 gleich 6 Pfade, die zu 2 Erfolgen führen, weshalb man 6 mal das gleiche summiert, also direkt mit 6 multiplizieren darf. Finally, es hat ein bisschen gedauert, um die einzelnen Bestandteile der Bernoulli-Formel zu durchdringen. Aber jetzt sind wir endlich in der Lage, Wahrscheinlichkeiten von Bernoulli-Ketten zu berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, bei 4 Fragen genau 2 richtig zu beantworten, ergibt sich aus dem Binomialkoeffizienten mal die Wahrscheinlichkeit der Erfolge mal die Wahrscheinlichkeit der Misserfolge. Und wenn du das in den Taschenrechner eintippst, dann kommen da gerundet 0,2109 oder 21,09% raus. Analog mit der Wahrscheinlichkeit, nur eine der 4 Fragen richtig zu beantworten. Und na klar, ein Erfolg heißt 3 Misserfolge. Gerundet ergibt diese Wahrscheinlichkeit 0,4219. Zum Abschluss nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Das Testat, die 10 Fragen, von denen mehr als 80%, also mehr als 8 Fragen richtig beantwortet werden müssten. Tja, dafür ist die Bernoulli-Formel erstmal noch nicht gemacht. Sie bezieht sich nämlich immer nur auf genau 8 Erfolge und nicht auf mehr als 8 Erfolge. Etwas, was wir uns später in dieser Serie noch angucken werden. Aber zumindest genau 8 Erfolge bei den 10 Fragen, das können wir berechnen. Dafür müssen von den 10 Kreuzen genau 8 richtig ausgefüllt werden. Jedes mit der Wahrscheinlichkeit von 0,25 und natürlich bleiben dann zwei Misserfolge übrig. Auch hier alles wieder in den Taschenrechner eintippen und siehe da, die Wahrscheinlichkeit beträgt gerade einmal 0,0004.